dass ich das nicht schaffe. Also, dass mir irgendwie eine Kiste am Ende fehlt. Aber wir haben es dann ja doch hingekriegt. Dann wäre das Level auch fertig. Können wir durch Zufall gerade vielleicht noch ins nächste rein? Nein. Guter Frenzy. Ach ja. Okay. Ich speichere das jetzt aber direkt ab. Weil das war schon nicht schön. So, in der Zeit, wo du speicherst, mache ich gerade mal hier meine Heizung an. Ich habe die eben schon mal angehabt auf zwei. Allerdings hat mir die Luft nicht gepasst, die da rauskam. Weil die hat sehr heizungsmäßig gerochen. Aber jetzt ist mir kalt und ist mir das jetzt egal, wie die riecht. So, wir haben hier... Ja. Ach Gott. Da müssen wir auch noch rein. Da müssen wir noch mit dem Lila einen Edelsteinblatt machen. Ach Gott. Okay, das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Ja. Können wir nicht alle Kisten holen? So wie das aussieht? Ja, und da freue ich mich schon drauf. Eieiei. Dann machen wir das hier als erstes. Weil das ist nämlich scheiße. Das ist... Ich sag mal das beschissenste Level, weil man da halt so abhängig ist. von diesem Dreckswasser. Richtig. Immer die falsche Taste. Immer. Das war gut. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Das war gut. Na gut. Ich wollte gerade sagen, warum geht das Wasser nicht hoch, aber... Das ist, glaube ich, vom Tod abhängig. Ich weiß sowieso nicht, wie ich das hier einschätzen soll. Von der Zeit her. Ich weiß auch gar nicht mal, wie lange ich brauchen darf. Ich wollte eigentlich auf die andere drauf springen und dann mit diesem Drehsprung nach da hinten gleiten, aber ich glaube, da bin ich einfach zu ungeskillt für. Nee, das geht nicht. Vielleicht jetzt? Ein bisschen abgewartet. Geh runter, geh runter, geh runter. Müsste ich hier eben warten oder musste ich nicht warten? Ich glaube, ich muss hier warten. Okay, das ist gut. Oh, scheiße. Hätte ich durchgeschafft. Scheiße. Ach, ja. Das wird noch schön. Ja, ja. Das war jetzt blöd von mir. Jetzt bin ich aber wieder im Rutschmustel drin. Da hat der Ton gefehlt. Mist. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn ich dann Doppelsprung mache, drüber gleite. Ich weiß nicht. Habe ich vergessen, was einzusammeln? Nee, hier ist sie. Ich dachte, die Kiste wäre schon weiter vorne gewesen. Ah, ich weiß es nicht. Okay, die eine brauche ich nicht aufzudrehen. Ei, 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 ei. Hätte ich geschafft. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, Gott, oh mein Gott. Ich war so schlecht. Eieieiei. Eieieiei. Wie geht das denn? Oh, super. Super nice. So, ich muss mal hier was von meinem Ekelsaft trinken. Pink Grapefruit habe ich mir beim Didle gekauft. Ist nicht so geil. Ich dachte, das wäre leckerer. Das wäre dann aber auch zu schade wegzuschmeißen. Deswegen zwinge ich mir das lieber rein. So, das muss ich jetzt gerade nochmal abspeichern. Ähm. Ja, ich habe mir das heute Morgen auch schon ins Wasser reingemixt. Schmeckt immer noch genauso scheiße. Äh, ja. 85. Prozent haben wir jetzt. So, jetzt wollte ich gerade nochmal gucken. Was sagt denn hier unser... Okay, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Das haben wir. Äh. Ja gut, Zeit können wir ja machen. Owa. Ich habe wieder so eine, so eine, so eine, so eine raue Stelle in meiner Nase, die wieder wehtut, wenn ich an die Nase drankomme. Ist nicht so, nicht so schön. So. Doppelsprung wäre auch, äh, gut. Was kann ich denn an der Stelle machen? Da war ich zu eilig. Boah. Äh. Weiß ich nicht. Das würde ich jetzt hinterfragen, ob ich da wirklich durchgefallen bin. Da war ich etwas zu früh dran mit dem Reben. Ich kann mich auch gar nicht mehr an jedes Level erinnern. Ich weiß nur noch, dass es hier auf... Da ist... Aufzüge gab. Äh. So. Die olle Uhr. Übrigens, äh, Milisdatum wurde bekannt gegeben. 30.06. Schon wieder. 30.06. von, ähm, dem... Remaster, Remaster plus Remake, whatever. Jetzt habe ich sie bekommen. Ich glaube, ich... Hm. Gut. Ich finde das so niedlich wie Crash Rant. Rant. Rant tut eher. Okay, das war... Das war gut. Noch schnell durchgerutscht. 18 Sekunden, beziehungsweise 17, als ich draufgegangen bin. So. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich glaube, den Akku habe ich bis hierhin auch nicht gehört. Ich glaube, den Akku habe ich bis hierhin auch Masken gekriegt. Nein. Ey, ich habe zwar einmal X gedrückt, aber ich gehe davon aus, dass wir hier auch Masken kriegen. Also super... Super craysch. Und von daher hoffe ich einfach mal, dass ich die Masken nicht verballere. Ah, das war doch gerade am Ausgehen. Das wäre so perfekt gewesen. Ach, das hat es gebracht. Ach, Mann. Man, jedes Mal der gleiche Rant. Ich habe keine Lust, da drauf zu springen. Ich will das lieber wegdrehen. Aber wenn man drauf springt, lande ich hundertprozentig in dieser Dreckskiste drin. Oh. Komm, gib Gas. 17, 18, ja, eben, so wie eben ungefähr. Aber ich weiß auch nicht, wie ich schneller unter diesen komischen Metallkisten jetzt gleich durchkomme. Keine Ahnung. Okay. Okay, er kann nicht von diesem hier direkt ins Rutschen übergehen. Das ist gut zu wissen. Ich bin ganz froh, dass ich von hinten anfange. Ah, da wollte ich zu viel. Ich unterschätze das, den Radius von Crash. Okay, ein bisschen schneller als eben. Ich bin so aufgeregt. So, fangen wir hier schon mal an zu Rennen. Na, warum... Okay, das ist eindeutig zu wenig Zeit für mich. Oh, mein Gott. Nein. Ach, Mann. Okay, nicht ganz so schnell wie eben. Aber ich finde, das ist immer noch okay. So, ich darf diese eine Maske nicht verlieren. Ich muss unbedingt irgendwie die Viecher anders kaputt machen. Kommt, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, da hat das einfach mal das Spiel ein bisschen gefällt gerade. So. Geh doch da rein! Jedes Mal, dass der da hängen bleibt, ne? Gold? Ja! Ich bin sehr, 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 mir fällt gerade sehr, sehr schwer ein Stein vom Herzen, also sehr, also, ihr wisst schon, was ich sagen will. Danke.